Was geht ab, Leute? Wir sind gerade hier beim Video-Dreh für mein neues Musikvideo. Auf jeden Fall, Chalas kommt am 6.1. Januar, teilt die Kopftika-Seite, liked die Kopftika-Seite, liked meine Seite und bleibt immer auf dem Laufenden. Sonntag, Sonntag, heute Sonntag, schönen Sonntag, Leute. Stellt euch Chalas vor, 6.1. kommt von meinem Bruder, das Mixtape raus, 6.1. Chalas, Chalas, peilen fleißig, pushen. Wir müssen auf jeden Fall die Mühlen knacken. Chalas, N183. So, ich erzähle euch was über Wiesbaden. Wiesbaden, Landeshauptstadt von Hessen. Fast 400.000 Einwohner jetzt mit den Flüchtlingen und Bulgaren. Auch jederzeit willkommen, sind auch unsere Brüder. Auf jeden Fall, N183, Level 183, 183 steht für Wiesbaden-Western, Postleitzahl, sehr kleine Viertel, 4-5 Straßen, aber dafür das dicht besiedelste Wohngegend, das heißt auf einem Quadratmeter wohnen über zwölf Menschen. Moment. Bis zum nächsten Mal. So Leute, es geht weiter, ich habe kurz Outfit gewechselt, mein Bruder Gianni hier, der schickt hinter allem Großen, was hier in Deutschland passiert. Bruder, komm, verteid dich mal, Janik, Janik und Benni, komm hier hinter. Was ist das? Bruder, lass mal eine Dings machen. Leute, die haten, fickt eure Mütter. Ihr wisst, 6.1. Feiertag, gibt es kein Neujahr dieses Jahr, 6.1. ist Neujahr. Ab 6.1. fängt erst Neujahr an. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall merkt euch schon den 6.1., den 6.1. Wir haben alle alle gekauft. Ihr wisst Bescheid. Khalas kommt. Von unserem Brate Eno183. Alle gemeinsam aufgewachsen, eine Familie. Ey, was sagt mir? Kopf dicker, ihr wisst Bescheid. Bruder, wisst ihr, was ich früher gemacht habe? Wisst ihr, was ich früher gemacht habe? Ich habe diese Felgen geklaut, Jungs. Diese Felgen. Und ich habe sie dafür gekauft. Wie viele? Wie viele habe ich gekauft? Wie viele habe ich gekauft? Wie viele habe ich gekauft? Für einen Sonnen, Bruder. Was habe ich mit diesem Sonnen gemacht? Ich habe eure Mütter damit gefickt. Diese Location ist auch zu Ende, Leute. Jetzt geht es weiter. Es ist immer noch kalt. Aber auf jeden Fall, wir ziehen es heute durch. Wir kriegen schon was Gutes hin für euch. Danke für euren Sport bis jetzt. Die Million ist gut angekommen in fünf Tagen. 500.000 Klicks. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Wir müssen die Million kappen auf jeden Fall. Nächst geht mit fünf Seiten, Bruder. Es ist immer noch kalt. Wir sind hier gerade bei der vorletzten Location. Danach wird die Überfallszene getreten. Und dann sind wir durch. So Leute. Ich bin jetzt fertig mit dem Drehtag heute. Nach zwei, drei Tagen wird weitergedreht. Auf jeden Fall, ihr wisst gar nicht, was da auf euch zukommt. Zehn Songs, aber zehn Baba Britta. Wirklich, ich bin selbst. Und was meine Freunde und die Jungs hier von mir angeht, die sind alle zufrieden mit den Songs. Zehn Songs und zehn verschiedene Songs. Diese Qualität. Und dieser Ohrwurm-Effekt, den ich da reingepackt habe, gibt es nirgendwo anders. Das heißt, bestellt euch Chalaz vor. Und checkt meine Videos ab. Kopftika-Seite und N983-Seite liken und teilen. Und ansonsten Dankeschön, dass ihr euch das Video reingezogen habt. Es kommen so weitere Blogs vor den anderen Videodrehs. Würde mich freuen, wenn ihr das teilt. Ansonsten ist es immer noch sehr kalt. Es ist kalt, Bruder. Hier, das ist die Antwort auf alle Hater. Ihr Hurensöhne. Ihr Hundesöhne. Ciao, gebt ihr die Antwort. Ich bin wunderbar. Bis zum nächsten Mal.